Da, da ist ein Schlüssel. Nimm den mal mit. Haben wir also gleich mal Glück gehabt. Was stand da? Oh, da ist eine Batterie. Zum Wartungs... Boah, ist auch schon Blut überall. Ja. Ich höre, ich gehe einfach. La, 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 la. Da ist der komische Eingang. Gehen wir hier einfach gerade aus. Ich werde mich nicht erschrecken. Ich werde mich nicht erschrecken. Wir können einfach gerade auslatschen. Aha. Sehr gut. So. Und hier. Warum müssen wir denn wieder irgendwo drin rumlatschen? Ich war jetzt auch froh, damit wir draußen waren. Hier ist kein Vater Martin. Geh mal gerade aus. Da ist er. Oh, was ist das denn? Ach, gewenkt ein Geist. Geist, der könnte doch nichts tun. Geht eine Treppe hoch. Geht mal eine Treppe hoch. Auf, ich muss den Daten noch mal wiederholen. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hier rumgerannt bin. Ganz ehrlich. Und man kennt ja so wirklich gar nichts, ne? Oh, fall nicht runter. Ist da unten eine Tür? Oder? Ah, ne, ist ein Fenster. Ja, das ist die Klapsmühle. So. Gehen wir mal hier oben lang. Laufen mal. Oh. Da oben lang auf dem Rand. Das ist ganz einfach. Da unten hockt jemand. Bist du da, Chef? Hallo? Ne. Der hatte doch so eine komische... Ah. Kannst du das Funkgerät nehmen? Natürlich nicht. Okay. Hm. Der ist aber nicht friedlich. Und jetzt? Laufen. Zum Teufel sind wir hier. Okay. Ich komme da nicht wieder rein. Das weiß ich doch nicht. Jetzt kommt gleich... Irgendjemand packt uns gleich um die Ecke. Bist du das da hinten? Söker. Ne, ich dachte, da wäre er gewesen. Müssen wir laufen und springen. Ja. Geschafft. Super. Neue Batterie. So, und nun? Wir hier runterhüpfen. Okay, gibt es hier sonst keine Möglichkeit mehr? Da, da hockt auch wieder jemand. Der ist doch tot. Ja. Oder so. Sagt das nicht. Hallo? Der sieht tot aus. Dann bist du Tür. Okay. Nein. Geht da nicht lang. Ah, doch. Ist das doch für ein Licht? Ja, das ist ein Licht. Licht an der Ecke. Oh, nein. Da, da habe ich mal links was gesehen. Ne, ne, ein Mensch. Ne Figur, also. Wo denn? Mach mal das Ding an. Und guck mal da so. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe da dringend an. Ding ist an. Da so. Die finden hier da. Zum Beispiel links, rechts. Links. Links und jetzt ein Stückchen rechts. An der Seite. Am Schluss gesehen. Da, siehste. Da ist er. Guck uns nicht an, der sieht bestimmt eklig aus müssen wir hier rein wieder? so ich habe keine ahnung wohin, ich weiß im leben nicht was ist das? Tote hallo ja, wollte ich gerade sagen da hoch vielleicht ja gleich die Batterie wieder leer hier ist schon wieder alles voller Matsche so wo lang, da lang oder hier lang? geh mal da mal da wo alles voller Matsche liegt, halte ich hier sehr gut hier ging gerade irgendeine Tür meine ich ne, hier geht es nicht weiter doch, hier ist irgendwer offen aber hier kann er nicht hier runter springen und es geht auch die andere Richtung ja, muss ich ja ich bin dabei sehr schön nicht erschrecken, nicht erschrecken das steht einer vor uns, ne steht wieder einer in der Ecke okay Lute für mich zum Glück ist der gefesselt hier geht es nur noch weiter ich werde bekloppt da geht es da Treppen runter das sind nicht die die wir gerade hochgekommen sind mach mich irre vielleicht ist er ja auch unten irgendwo hier sind überall Geräusche ich höre die wahnsinnig es ist wieder furchtbar how to get out ja, ich dachte wir sind draußen wir haben es geschafft verdammt ja, solange wir diesen Martin nicht gefunden haben haben wir glaube ich noch gar nichts geschafft ja, wo soll er sein? überall rumgeklettert und haste nicht gesehen bis wir hier hinkamen nö da steht der wieder ja toll sind wir die ganze Ding für umsonst gelatscht so wahrscheinlich ja Klettertour und alles ne oder aber ich denke mir auch warum haben sie diese ganzen Klettermöglichkeiten gemacht ja da wird schon irgendwas gewesen sein aber vielleicht zu früh ach so naja, das kann natürlich sein ich würde sagen, es hängt doch mit meiner ich krieg schon Paranoia normalerweise kann das doch gar nicht sein hier macht die scheiß Tür auf mach auf ja, vielleicht hätten wir den Schlüssel noch gar nicht finden sollen weil er hätte bestimmt gesagt findet den Schlüssel und macht dat und dat und dat und wir sind aber ja direkt in das Ding rein und haben direkt den Schlüssel gefunden und haben ihn benutzt na ok alles prima alles wunderbar so hier ist der Matschhaufen da steht der Typ der ist da am Maischenbad ist nicht nee schon wieder voll die Batterien Schlucker hier ja nicht erschrecken da hab ich schon mal ja hier machst das Ding an und auf einmal steht da einer ja das wäre ja genau das Richtige hierfür ne wir sind hier vorne ne ich würde auch sagen geh noch mal runter ich vermute mal wir waren ein paar Schritte früher dran ich bin hier runter geschwungen ich bin hier runter geschwungen ja klingt hier wieder schöne Musik an mhm da unten ist zu alles war der offen jetzt? ne naja sah gerade so aus das war das ich weiß nicht ich gehe einfach weiter lalala da 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 glaube ich links kommt man jetzt ne 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 kann man nicht hier kommen wir wieder hochklettern da sind wir ja vorhin hochgeklettert ah na nach unten rein ging es nirgendwo ne schön dick hin höchsten höchsten wir sind wir vorne nicht entlang da sind überall ja schön das haben wir auch schon gemerkt da war der dicke war hier im garten da rennt hier jetzt irgendwo im garten rum ich habe einen knurren hören ja das ist doch Käse man Hilfe das ist alles extra beleuchtet da sind die Dinger da kannst du dich drin verstecken so sieht es aus vor dem Dicken wir haben wir doch eben schon ja da rennt er da läuft er wirst du der kommt auf uns zu ach du kommst auf uns zu ich geh doch weg ja bist du fertig und das ist hier wo man hochklettert also wir müssen hier hochklettern hier ist nichts anderes tja ich bin überfragt la 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 sind wir vielleicht schon da wo vor war ich sehe überhaupt nichts mehr ich sehe überhaupt nichts mehr kein gut alles glatt